Wunderschönen guten Morgen, Alter. So, um noch motivierter zu sein, Alter. Arnold am Armgelenk, nicht schlecht. Heute ist der To-Time. Ein Monat auf den Termin gewartet. Neben der alten da hinten noch meinen Tri-Tips. Kommt! Ja, Leute, was kommt denn da? Was kommt denn da? Es kommt, mein Freund Eschi Slashy. Boah, bin ich gespannt, Alter. Wuh! Zwar ich schon beim Auto, doch hab nochmal umdrehen müssen, weil ich hab meinen Polster vergessen. Ein paar Stunden detauieren möchte ich angenehm legen. Und das machen wir dann auch. Aber ja, es gibt heute ein kleines Cheat Day. Ein Maggie Muffin Fresh Chicken wenigstens. Wuh! Foll ich mich richtig drauf. Diese Energie, bevor es Schmerzen gibt. Yippie, ich liebe Cheat Days und ich liebe Chicken. Und jetzt gibt's Muffin Fresh Chicken. Wuh! Alter, wie nice. Einen Gutschein gibt's auch. Minus 50 Prozent, Alter. Ein Maggie Toast, 1% gratis. Nur, das nehmen wir auch noch mit, oder? Blau, da sind wir schon eine locker. Die Dürfen, Alter, ist ein Läuerns Angebot, oder? Ein Fresh Chicken und zwei Tast, drei Euro, nehm ich. Na, isst das Läuern, Alter. Ein bisschen Hühnchen in der Früh mit Salat. Ist das super, oder? Ja, ist nicht gesund, aber es mir wurscht. Schmeckt geil. Bis deppert, Alter. Minus 5 Grad. Wenn ich herinhauche, sieht man das sogar. Ein leichter Schnee, aber die Sonne scheint. Das ist schon sehr schönes Wetter, muss ich sagen. Na, dann auf zum Rummen, die du, wir neuer. So, dann. So, Tag 10, Formcheck erstens mal. Schaut ganz gut aus. Und zweitens mal, der Du ist fertig. Schaut auch super aus. Ist aber noch nicht fertig, es fehlt noch ein Wald. Und der Spaß kostet bis jetzt 600 Euro, Alter. Der Roman ist jetzt langsam, Alter. Der muss mehr Stoff geben. Mehr Stoff geben.